Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays von ExtraBird. In der letzten Folge haben wir ein Schiff eskortiert und eine Station gescannt, mehrermaßen nicht. In der Folge wäre ich schon mal zu dem Sektor und dann will ich unten durch den blauen Superhighway fliegen und schauen was uns dahinter erwartet, weil da war ich noch nicht und bin gespannt was es da gibt. Ob die Fraktion, wo man das findet, ob die gut gelaunt, schlecht gelaunt auf uns sind oder ob es Freunde, Feinde sind oder ob es ganz neue Rassen sind. Das ist auch bloß ein bisschen die Insektorscan. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ja, bla bla. Mal schauen was hier alles gibt. Okay, Managerin. Dass wär schwierig, wenn ein Quest was wäre. Bloß mal schauen. Stehen bleibt. Verlorene Geschäftspartner. Ich möchte eine Liquidierung in Auftrag geben. Nein, es geht nicht um die Veräußerung von Vermögenswerten. Es geht um eine Person. Sie finden alles, was Sie benötigen auf Ihrem System. Also starren Sie hier keine Löcher in die Luft. Ach nö. Hoffen wir. Das war's dann. Da ist kein Bock drauf. Wo da hinten ist ein gegnerisches Schiff. Ja, nicht gegner. Feindliches Schiff. Was ist für eins? Tutorial? Kennen wir ja schon. Aber ja cool, wenn wir zwei Tutorial hätten. Schauen wir bloß mal vorweiten. Ähm, F3. Da kann ich die Schrift direkt anzoomen. Scheint auch ziemlich unbeschädigt zu sein. Fliegt eigentlich nur vorbei, bis es ausschaut. Oh. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder beim Vorbeiflügen. Ähm, ich greife die mal an, aber erst wenn ich mal gespeichert habe. Einfach irgendeinen Spielstand überschreiben. Äh, überschreiben. Und auch wenn es getümmelt. Was, Xenon? Xenon sind das? Heilige Scheiße. Erster Kontakt. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Die greifen die mir nicht an, oder wie? Die greifen nicht an. Oh, doch. Die greifen nicht an. Unzu, böse. Ah, komm! Hat die fast gehabt. Jawoll. Es wurde sicher in der Tat noch verstaut. Oh, 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 oh. Schilde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bisschen wegflüge. Ah, das ist ein Tutorial. Kräft ja auch an. Kräft jetzt endlich mal an. Nö. Ey, bist du ein langweiliges Schiff. So, der war noch irgendwo für Items. Wir sind äußerst dankbar für Ihre rechtzeitige Unterstützung. Die Credits werden gerade überwiesen. Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. Hacker Chips. Cool. Hä, das war der erste Kontakt mit die, sag schon, mit die Xenon. Was ist das? Solarjäger-Rakete. Okay, kann man brauchen. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Hier ist auch noch was. Na komm, flieg halt. Da unten wird noch was angezeigt. Was haben wir da? Sternenlicht-Rakete. Okay. Und hier ist auch noch was. Kartografieren-Rakete. So. Das sind Tutorial. Ja, wenn ich meine Tutorial befehle, dass die Tutorial angreifen soll. So, ich wollte ja in den nächsten Sektor fliegen. Fliegen wir einfach mal runter. Also unsere Tutorial hat nur 90% Hülle. Das wäre mir jetzt zu wenig. Das sind immer noch 10% Differenz. Was eigentlich haben sollte. Muss ich fast mal wieder zu Schiffswerft fliegen. Und, ups, hier muss ich aus der Zicht heraus. Und hier rein. Genau, muss ich fast mal Schiffswerft fliegen. Schiffswerft fliegen. Schwierige Werte. Hey, ich trau mal. Fliege zur dritten Herzog. Ich hab ja mal den ersten Herzog gesehen. Ja, wozu? Gibt es denn Sektorennamen? Hey, da fragst du dich echt, was haben die da geraucht? Okay. Erreiche. Der dritte Herzog. Oh, die Dock ist zu. So. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Ist das Eingang? Oh, das ist ein Schiff hier wohl. Okay, nein. Ah, muss ja aufpassen. Nicht, dass irgendwie dann... Checkpots. Silikatgestein, jawohl. Keine Brauche. Und da hinten ist das Wurmloch. Der heißt schon unbekannte Sektoren. Ich bin ein Feigling, ich tue lieber nur mal speichern. So. Wo ist der Detail? Der ist... Der Waffenkomma. Nee, doch. Ah, der fliegt schon wieder weg. Ja, egal. Wir fliegen voraus. Wir sind äußerst dankbar für ihre rechtzeitige Unterstützung. Die Gradits werden gerade überwiesen. Danke, dass Sie unsere Station beschützt haben. Hey. Haben Sie ihn gewonnen? Oh, ja. Oh, ja. Plus eins. Okay, jetzt fliegen wir doch einen Superhighway. Schau, was er eben so toll macht. Obwohl er es... Jetzt fliegen wir. Wo fliegen wir überhaupt zu? Okay, hier ist schon eine längere Strecke. Wo geht's jetzt hin? Gleich sind wir da. Hier ist das Ende. Ups. Nicht geraubt, Entschuldigung. Ist das gleich sind wir da? Oh. Erreiche die große Leere. Die große Leere, ja. Oh, 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 oh. Holy shit. Hey, was bist du für eine? Du bist eine gute. Pakete. Boah, da geht's zu. Schilde ausgefallen. Ja, mir egal. Verreck. Stationskommandor Anrin Otani. Ich hoffe ernsthaft, dass das nur ein Versehen war. Ja, Entschuldigung, es war ein Versehen. Ja, wo kommen die alle her? Ja, wo kommen die alle her? Oh, jetzt geht's zu. Jetzt wird gebollert. Pakete. Okay, auf die Nachwärkete. Auf die Nachwärkete. Oh, wir sind uns gerade erst begegnen. Wie schade. Komm. Jawoll. Jetzt hat er gedauert. Der war's verloren. Was Psy... Psychietrischer Blitz. Was? Hey, was denn das für Droge? Ich hab mich nicht gesehen, dass du überhaupt... ...Zone Gruseliere. Schon klar. Die nehmen wir uns mal. Der steht ein bisschen freier. Ups. Jagdstaffel M. Die bodies. Die brauchen wir nicht. Ich kann es nicht mehr machen. Das ist kein Molkmal. Eine Haftzahlung. Und klar, dass die Leute nicht mehr verankert werden. Die Leute nicht mehr verankert werden, sondern die Leute nicht mehr verankert werden. Aber nicht mehrmals. Die Leute haben es nicht mehr. Die Leute haben ja nur die Leute. Wir müssen warten, bis meine Tutorial da ist. Ja, wo sind die alle hin? Hier sind noch ein paar Gegner, da ist noch einer. Da war noch einer? Ja, mindestens einer. Was hier alles rumfliegt. Na komm, ich stehe bleiben. Ich helfe dir. Aber sieben Kilometer entfernt. Ja, habe ich es selbst geschafft. Sehr gut. Das ist ein neues Schiff. Da war doch irgendwann noch ein Dasein. Gar nicht gerade wenig. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre Bezahlung wird überwiesen. Jawoll. Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. Kein Problem. Sie werden sich sowas von wünschen, hat er sich getan zu haben. Doch, ich habe mir es gewünscht. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Doch, das ist sehr gut. Jawoll, nächsten. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Das ist die Torral. Die Verstärkung ist da. Jawoll. 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 Wir bitten, die Rufen... Was soll den doppelELLten 몇 Mal aufgreifen? Bei mir war nichts zuудimb 나는. Denkt nur noch lange, Sie haben Sie gewünscht. Wirzę, vieleто ausger closen mir hinten challengesflut. Wir demonstrieren. Die Kord capturing der Z unのは korrig Hitler war. Die N К shoesiy Themis. Jetzt bin ich schon an, wie es angreift Das Auto-Raketner Hey, wo kommen die alle hier? Rakete Oh, jetzt haben wir keine Raketen mehr Sie sind sicher verstaut im Trachtraum V-Brecher Boah, der Tutorial wird angegriffen Aber sie schlägt sich locker, bis es ausschaut Oh, Rakete auf den Tutorial Schild 96% Ich helf dir, Baby Oh, ich helf dir Oh, ich helf dir Oh, ich helf dir Oh, ich helf dir Die Titorial schießen auf die andere Titorial Ja, aber sie fliegt volle Konne Die Flickgegnere Schiffe sind noch da Da ist noch eins Schnapp ich mir Vielen Dank für Ihre Unterstützung Ihre Bezahlung wird überwiesen Kein Problem Ah, Treffer Hey, da bleiben Geh von Station weg Jawoll So, ich schwöre, was war das Wurde sicher im Frachtraum verstaut Wurde sicher im Frachtraum verstaut Und das andere Item Ups Vorbeigeflogen Na egal So, was macht die Titorial So, was macht die Titorial und die Titorial Die Titorial greift die Titorial an und die andere Titorial auch Ich spiel mit Ich spiel mit Au, au, schlipp, schlipp, schlipp Vielen Dank für Ihre Unterstützung Ja Ihre Bezahlung wird überwiesen Halt's Maul Was haben wir sonst noch für Raketen Sternenlicht Oh, das war schon Höhenmeister-Rakete Komm, einmal noch Jawoll Jawoll Hydra V-Brecher-Raketen Oh, gleich was sie hören Super, keine Raketen mehr Wir haben hier angekommende Feindschiffe Mit etwas Unterstützung Können wir die Lage bewältigen Okay, abhängig aus Manöver Okay, abhängig aus Manöver Also, ja Zutaten wir noch 24% Oder? Oh, 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 oh Schäle Krittasche Schäle Krittasche, ja ich hab's gemerkt Oh meine, die Titorial hält schon Da habe ich keine Bedenken mehr. Titorial vs. Titorial. Wir haben gewinnen. Meine sollten natürlich. Jawoll! Da gibt es ein Feuerwerk. Schönes Feuerwerk. Schön. Da war noch eine Titorialfeuer. Wie viele Gegner haben wir noch hinter dem Raum? Da hinten ist einer. Der hat noch 100%. Vielleicht fliegt meine da jetzt nicht hinten. Wird es wahrscheinlich draufgehen. Wo ist denn das andere Schiff? Ach, da. Okay, er hat noch 100%. Zeig meine Titorialrufe. Meldet mich wie gewünscht, Sir. Ähm. Nachtank. Verstanden. Waffensysteme sind alle aktiv. Schild. Schild baut sich langsam wieder auf. Zum Glück habe ich die Raketen gehabt. Wäre ich gleich noch ein paar kaufen. Mal schauen, ob es immer welche gibt. Aber das ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ob die Titorial ist. Ja, ist noch ganz. Meldet mich, wie gewünscht. Verstanden. Stehen bereit.